Tesla hat die Preise gesenkt und zwar um 4,2% in Deutschland für das Model Y Standard Range, also 1.900 Euro. Außerdem das Model Y Long Range und das Model Y Performance mit jeweils 5.000 Euro und somit 9,1% und 8,2%. Das ist aber noch nicht alles. Auch in Frankreich wurden die Preise gesenkt und ganz wichtig, man hat jetzt auch den Sollzinssatz gesenkt. Und der liegt jetzt bis Ende des Quartals bei 0,0%. Ja, du hast richtig gehört, es gibt keinen Sollzinssatz mehr. Und im Vergleich dazu das Tesla Model 3 Highland mit 6,23% Sollzinssatz. Das ist natürlich jetzt ein unschlagbares Angebot. Die Frage bleibt natürlich, ob man jetzt schon abverkauft, weil ja bald die Fabrik schließt und vielleicht doch das neue Tesla Model Y Facelift ein wenig früher kommt. Das ist aber nur eine Spekulation. Wir müssen also noch abwarten. Lass gern dein Feedback da, was du dazu denkst. Bis dann und tschüss.